Alle Leute und willkommen zu unserem ersten Silber-Fund-Franken-Spiel. Wir sind wieder die gleiche Konstellation wie eben. Es sagt einfach niemand Hallo. Ich gebe mal so Pause. Das ist mir völlig egal. Sag einfach irgendwann. Du kannst einfach von dir aus Hallo sagen. Ich will jetzt auch nicht jedes Mal Hallo sagen. Ja. Nö. Wegen dem Item. Welchen Item? Ich habe keinen Plan welches. Vielleicht geht ihr Tumble-Damage dann doppelt. Vielleicht hat sie auch einfach vergessen zu switchen. Ob ihr Silber-Fund-Doppelt geht? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Es ist ein On-Hit-Effekt. Das wäre ja krass. Das werden wir sehen. Wir spielen gegen Praktikando Estamos 2. Warum 2? Es ist Spanial. Wahrscheinlich habt ihr ja ein Team mit 1. Naja, das heißt, dass sie das zweite Mal üben. Ja. Das hätte ich auch noch übersetzt. Ich habe mich nur gefragt, warum 2. Warum man das durchnummeriert. Ob das erste schon vergeben war. Und guckt mich der One-Fall betreuert an, warte ich jetzt wieder selber rede. Wer oder was? Oder er oder sie denkt, du redest mit ihm. Mein Hund. Du hast einen Hund? Was für ein Hund? Äh, ich habe den von meinen Eltern bekommen, weil die zwei Wochen weg sind. Was ist das für eine? Ach so. Und das ist eine kleine Ratte. Eine kleine Ratte. So ein Chihuahua. Nein, schon so ein bisschen größer. Also sieht ein bisschen aus wie ein Jack Russell. Ne. Ah, okay. Das sind die beiden kleine glitzernde Schmetterlinge. Ich weiß bei denen, ob es eine Schledermaus oder Schmetterlinge oder sonst. Aber wenn man es einem so... Hä, das sind Schmetterlinge? Irgendwie so alles ein bisschen. Ich glaube, das ist Schmetterlinge. Der Pixie, die hat Arme. Das kann man mit uns... Ich weiß auch nicht. Ja, okay. Das ist von alles ein bisschen. Alle. Die macht immer seltsame Geräusche. Wo ist ne böse Disneymaus? Oh. Minions have spawned. Oh, du hast Mercenary Cat genommen. Ich find die toll. Ich mag die grüne Garten nicht. Sonst habe ich die schönen... Schöne, schöne weiße Haare. Warte, das sind Flasinet mit. Okay. Ja, natürlich. Echo hat Teleport. Ja, hab ich nicht gesehen. Ich hab auch nicht hingeguckt. Simon. Ich war so gebannt auf die... Auf das Smite, dass ich gar nicht auf die anderen Skills geguckt hab. Sie hat Smite mit. Pass auf, gleich hat sie ihm Gromp weggesmited und... Sie hat tatsächlich Gromp gesmited. LOL. Hat sie? Ja, sie hat diesen Giftblubbel... Ah! Wo ist sie? Ich seh sie nicht. Im Busch. Und sie ist schon Level 2. Du wirst mich doch verarschen. Hat mir grad voll Angst gemacht, dass sie mir so hinterher gerannt ist. Die ist schon Level 2. Au. Yay, Level 2! Oh mein Gott, was? Pff. Ja, gegen Vlad war Schuhe jetzt nicht so geil. KASSIERT! KASSIERT! Entschuldigung. Ho! Deswegen geh ich immer... Dorange Heal. Nicht gegen Echo. Weil du dem Q dann voll einfacher ausweichst. Und überhaupt all deinen anderen Sachen. Ja, mein Fehler, hätte er gucken sollen. Äh, nicht mit so einem Hype hängen, wie ich ihn grade hatte. Ah! Jajajaja! Mama Mia! Nein! Also er hat Heal und alles benutzt. Ja, ich hab's gesehen. Flash hab ich jetzt aber nicht gesehen, oder? Hat ja auch Flash? Mhhh, glaub nicht. Schön, Simon. Schön macht, Simon! Hat keiner gesehen, ne? Das ist doch echt bescheuert. Ist mir egal. Ich bin auch grad hier unten beschäftigt, deswegen. War eigentlich überhaupt nicht mein Skill. Also war's eigentlich nur... Lucky, Lucky. Es war nur bescheuert. Es war nur bescheuert. Okay. Nee, Lucky war das auch nicht. Okay. Wenn der einen Third Shot abkriegt, dann ist das nicht Lucky. Achso, okay, ja. Achso, okay, ja. Eher Unlucky. Dann ist der eigentlich so scholl. Für ihn, ja. 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 Das ist der beste Punkt, ich bin. Oh, da kommt was von hinten! Ich hab ruhig geflasht. Ich heil dich! Danke, danke, danke. Hab was! Getötet! Nice. Hab noch was! Schön gemacht Svenja. Schön gemacht den. Oh, und noch einer geflasht. Schön gemacht alle! Schön gemacht ihr beide! Schön gemacht alle! Lol, die Welt war auf einmal mega laut. Du nicht. Lass mal kommen, ja. Oh! Ist es niemandem aufgefallen, dass ich den Echo da oben gedötet habe? Ist es. Doch, wir haben doch alle schön gemacht gesagt. Ja. Nein, habt ihr nicht. Ich hab nicht gesagt zu dir. Siehst du? Ich hab aber das gedacht. Du nimmst das doch mit. Das war ja kurz nach dem First Blood, glaube ich. Was nach meinem First Blood? Ja, nach deinem First Blood. Wo wir auch schön gemacht viel. Wo jeder gesagt hat, gut gesagt. Gut gesagt? Eigentlich nur du. Eigentlich hast es nur du gesagt. Ja, stimmt. Ist doch fast jeder. Ich könnte back, ich hab schon BF Sword. Hihi! Shit. Durch die Million. Ach, das ist toll. Girl Power Bot Lane. Bot? Ist doch so. Nee, ich. Gegen das Anderen. Ja, töte ihn! Ja, dein Schild. Das wäre jetzt ja anstrengend, das zu erklären. Der auch nicht so richtig tut. Yes, töte ihn! Der kann nix! Schön gemacht! Nicht sterben! Doch ich nicht. Das ist schön, wenn der Cedrani die Lanes laufen. Ja, irgendwie gerade alle Lanes laufen gut. Hatte der vielleicht schon gefallen? Ja, das Gute ist, dass Gragas sowieso nicht das voll höchste Gank Potential hat. Free Six genauso wie ich. Hihihi! Gragas kommt wahrscheinlich. Also der war grad Mitte. Wayne kommt hoch. Mit Allison. Hä, was machen die denn? Drake vorbereiten? Vielleicht? Keine Ahnung. Weil wir beim Drake gewordert. Beim Rotations. Okay, Blood Mist. Warte, die haben eben kurz ein paar Luffel gemacht, oder? Ne, auch nicht. Er kann nicht mal seine Combo. Kannst du seinen Pool warten? Wie denn? Soll ich direkt Ultieren oder was? Ja, ja. Du hast auch einen Gragas. Ja, ich hab's gesehen. Hihihi. Ach, ist das witzig. Gagas Mitte? Gepuckt. Neeeein! Warum schieße ich sie auch da hin? Da ist, könnte der Bot kommen. Awww. Manchmal fühl ich mich echt ein bisschen dämlich. Gragas, Gragas, Gragas. Gragas, Gragas. Er konnte mich nicht gesehen, trotz der Scuttled Crab. Uff. Weiß jemand wo Gragas ist? Ah, jetzt geht's mal! Er war im Blue Jungle. In seinem Blue Jungle. Also in seinem Blue Jungle war er eben. Oh. Oh. Oh, ich hab eine Schiss bekommen! Ja, der hätte sich executed. Ich glaub, du hättest noch den Kill bekommen. Also auch ohne... Wie lang man auch hochgeschleudert ist von dem. Ja, knapp. Ist ja egal. So war der Kill jetzt sicher. Ja. Alles gut. Was? 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 Ich hab ja nicht gekommen. Wir haben Echo. Echo, kein Teleport mehr. Wie viel Farmer hat die Vayne? 49. Ah, okay. Ich weiß nicht wo er ist. Okay. Ich glaub da ist noch wo ein. Ich weiß ja nicht warum der das anzumiert hat. Oh, die Sau kommt jetzt irgendwo ganken. Okay. SS-Bot. 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 Ja, sag mir doch. Wollen wir Track machen? Track! Okay. Ah, die sind aber da. Ja, ich wollte gerade freezen, weil die sonst... Denkst du so auf, Cardellister? Dann verpasst sie ein bisschen was. Gut, sie sind weg. Vlad ist nur unter dem Teil. Kann nichts machen. Ich glaub es ist gar nicht so schlecht, dass wir in Silber 5 eingestuft worden, weil ich glaub wir gehören hier nicht so richtig hin. Und warum ist das dann gut? Ich bin jetzt auch nicht. Wir werden die Spiele jetzt erstmal einfach. Ja, das wollen wir doch gar nicht. Nicht? So langweilig. Komm von hinten. Da kommt ein Gragas. 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 Lass es auch. Hab ihn. Nice. Ich werd zu euch. Hab ich. Nice. LOL. Alles weggemacht. Hallo? Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich. Klar. Sag ich nicht nein. Wenn du ihn nicht willst. Da ist ja noch ein anderer Blue, ne? Ja. Also der Echo ist bis jetzt nicht wieder auf der Lane erschienen. Ja, ach. Vor dem hab ich jetzt auch nicht so Angst gerade. Weil der ja auch nicht so... ...unbedingt gefeedet ist. Ne? 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 Ah, der ist ja wieder. Und trotzdem versucht er immer wieder zu werden. Weiß nicht. Vielleicht denkt er sich... Irgendwann klappt's bestimmt. Ja. Leute, funktioniert das nicht. Leute, funktioniert das nicht. Lad das auch nur noch mit hin. Okay. Botlane fehlt. Ah, ich seh Alistar. Der kommt... gleich von hinten vielleicht. Okay, Alistar. Nee, der geht an mein Pinkbrot. Also ein Stinker. Also ein Stinker. Gehst du da weg? Lager ist hinter euch. Das macht mir nichts. Hihi. Ah. Aber geht auch los. Unstoppable hat man nur die Wahlen. Das war so gerade noch in Ulti-Rain. Ja, der hat auch nur ein Messer abgekriegt. Glaube ich. Dann war er schon tot. Und das Pinkbrot lebt noch. Yay! Der Plot ist ja irgendwo hier gewesen, ne? Ich wollte eigentlich den Turm töten. Kann auch. Turret. Ja, der ist bestimmt zu denen. Ärger ihn mal. Ich krieg langsam Hunger. Manu. Ich auch. Ich glaube, ich mach mir gleich noch mal was zu essen. Soll helfen. Ja, ich bin ja den Grunk ist mal. Da kommt alles von hinten. Aber egal, den Turm holen wir uns jetzt. Okay. Macht nichts! Alles gut! Ich renne mal weg. Danke für die Ulti. Die Sau kommt! Die Sau kommt! Oh! 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 Ja! 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 Oh! 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 Oh mein Gott! Was war los?! Wirklich? Jetzt weiß ich wie das ist für euch wenn ich schreie. Das weiß ich sowieso schon, wenn ich... ne? Wie du schreist. NEIN! Ganz so gepasst wie du... wie du wolltest, glaube ich. Verdammt. Da kommt Echo von oben. Nicht ganz rein. Weil wir ja eh schon alle... Oh NEIN! Ich hab nicht einen. Da Echo. Wir haben einen Tod. Mie 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 Mama 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 Mama! Mie 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 Mama Mama! Ich hab nicht ne ich ein Cue und sie sind tot. Oij, ich sag's doch an! Einen Q und ich bin lohnt, das ist auf jeden Fall der Q. Hab ich doch gesagt, ich rieche Kills. Ja, Simon war auch einer der Kills. Wie reicht's von euch? Baiten lassen. Remake? Bitte? Versteh ich nicht. Töt ihn, bevor er Eier legt! Na ja, sie wollen das Game remaken, damit sie nochmal ne Chance haben. Weil gegen uns zu spielen. Ich glaube, so kann man das verstehen. Ja. Ein wenig. 19-2 ist schon... ...hart. Ah, da ist ne Welle bei mir! Ich komme! Nein, 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 nein! Oh! Warte mal, braucht nicht. Der einen Blue ist gleich, ob wir den einen haben. Jaaaaaa! Nein, Quatsch. Ich möchte nicht den... äh, den... den... den Blue haben. Braucht er nicht. Gibt den irgendwie sonst Leonie oder so? Kann damit, glaub ich, mehr... Wenn du mit dir taust, dann... Wenn du mit dir taust, dann... Ne, ne, hasse. Alles okay. Boah! Riku, Leute! Hä? Hä? Hahahaha! Ich bin doch ohne, dass ich kein... Hahahaha! Ich hätte auf dem Minion ge-eat und dann ihn einfach ge-eat. Track! Track! Ja, macht ruhig! Braucht ne Camino jetzt nicht. Und noch nen Blue-Buff hier. Lulu! Lulu! Ein Pink Ward! Ein Pink Ward! Okay. Ja, die Vayne hat sogar das Jungler-Item gekauft. Hierbie! Geil! Speed-Buff! Buiiii! Sieht immer so süß aus. Ich bin bei mir auf dem Death Strand. Ich könnte mal weggehen kurz. Was will er denn? No. Triple kill. Häm den Quadro, los, häm ihn! Los, 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 los. Weg, 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 weg! Okay, gut, sind es nicht über 40? Ich hab Ulti! Ich hab Ulti! Ich hab nichts! Nein, die rennen nach da unten! Ja, ich hab ihn nicht. Na, nee, das wird nichts mehr in der Zeit. Ah, schade. Ja, das wird nichts mehr, fuck. Na, wo ist sie? Da, ha, ha! Dann kann ich sie ja nehmen. Oder auch nicht. Oh, schade. Ich hab sie nicht gesehen. Aber ja. Naja. Ich hab sie auch nicht gesehen. Im Herz an den Hinter. Naja, natürlich nicht, weil wenn die Ulti lieben und dann haben sie immer, dann ist sie unsichtbar. Ja, ich weiß. Wir haben sie nicht gesehen. Ihr seid blöd. Simon, with the inside into the game. Dang. Guys suck. Jetzt hab ich 9 Assists. LOL. Ich würd mal sagen, jeder in unserem Team hat echt geile Stats. Ich hab bei den meisten Kills beteiligt. What? Ich hab meinen Rabadons. Simon, wie viel AP hast du? Oh mein Gott, du hast... Wir haben genau gleich viel. 382, bist du verarschend? Upsala. Voll witzig. Oh, Jinx farmt einfach während ich AFK rumstehe und rumgucke. Oh, 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 oh. New Vayne-Build. Boah, alter. Hallo. Ah. Habt du das gesehen? Da ist noch ne Vayne. Die Vayne, die Vayne. Ich kann den einfach igniten sein. LOL, was ne blöde Kuh. Mano. Das ist meine. LOL. Mano. Das ist ein Stomp, ey, das ist ein Stomp. Schon. Die Vayne hat keine Lust mehr. Ich glaube, das geht an uns. Dass wir verfehlen sollen. Ich glaub nicht. Ich glaub, die wollen, die können nur noch nicht. Ey, wer das macht, schmeiß ich alle aus. Nein, die können noch nicht. Können noch nicht, nö. Was? Es steht 32, 2. Wer ist hier gestorben? Ich. Simon, also bitte. Ja, Siegne. Scheiß Bait. Nur deshalb. Wir haben noch nicht mal gebaitet. Legendary. Mr. Greedy of Kills. Sag doch nicht. Oh, yeah. Wo ist der Surrender? Ja, da ist er. Oh, da war schon jemand AFK. Ja, der Echo wahrscheinlich. Ne. Der Blatt. Der Blatt. Gewonnen! 8-0-10. So kann man mal ein Rank-Game machen. Also über so ein Game kann ich mich irgendwie nicht freuen. Nee, oh nee. Das war schon ein bisschen zu einfach, ja. Naja, das nächste wird bestimmt wieder ein bisschen schwieriger. S plus. S plus. Mal schauen, bis ich klickt habe. Also, bis zur nächsten Runde. Tschüss. influenz listeners. So, ich rufe das habe. Todach? Das ist eine jäzure Kälte. 03.